... und ihr müsst so einen Kopf gabern. Kann man Kopf gabern? Nein. Sondern muss man während dem Gabern einen Zeitraum machen. Das haben wir schon geübt im Training, oder? Ja. Also alles klar. Und dann die Sieger gegeneinander und dann geht es wirklich um den Hauptpreis. Ihr zwei fallen zu nah. Oder wo ist der Hannes? Schaut bei denen zwei, gell? Zehn Sekunden. Seid euch eingabern und dann bei Los wird gezählt und schaut wer immer länger gabert. Bei Los beginnt. Stefft bei Lukas. Das geht los. Ja, man sieht ja dann nicht. Bravo Lukas. Gut. Zwei Pleine über. Aber ich habe ja mal ein Gaberl zugeschaut, also der Bewerb wird ungefähr jetzt eine halbe Stunde dauern. Macht nichts. Wir werden dir helfen. Immerhin mal vorbeigehen und werden uns auch am Stolz gemacht. Nebeneinander. Wieder kurz ein Gaberl, dann geht's los. Zwischendurch stelle ich euch dann Reichenaufgaben, wenn es zu lang dauert. Und wenn es nicht innerhalb von zwei Sekunden kommt, seid ihr ausgeschrieben. Alles klar. Ist nicht schwer. Also du bist älter, sage ich dann zum Beispiel 23 mal 74. Du hast genau drei Sekunden Zeit. Alles klar. Eingabeln. 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 Und jetzt geht's dann schon langsam. Los geht's. Ja, still, ich erzähle dir überhaupt einen Witz einstweilen, weil das wird jetzt sicher lange dauern. Das ganze Problem an denen ist nur, ich kann keine Witze erzählen. Ich muss ja aufpassen. Das wird eh wichtig, gell? Fangen wir an mit den Rechenaufgaben. Okay. Also Rechenaufgabe Hauptstadt von Österreich. Smeta, Smeta, mein Name ist Wien. Wien, hast du ja richtig gesagt. 3x3 ist Wien. Lena, wie heißt du? Lena, sehr gut. Bravo. Eindeutig. Sag einmal, übst du das zu Hause im Schlafen auch immer, oder? Wie machst du das? Siehst du da, oder? Ja? Du bist so konzentriert. Sehr gut. Machst du das auch links, rechts, richtig? Und 3 plus 3 ist? Ui. 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 Soll noch einer sagen, Fußballer sind nicht intelligente Menschen? Ui. 3 und 3 ist 6. Sagt Lena, 2 und 2. Ja, natürlich Mädchen, weißt du sofort. Also sie hat mir eigentlich die Antwort schon gesagt, bevor es überhaupt losgegangen ist. Oh, das war es. Und gratuliere, wie heißt du? Lukas, herzliche Gratulation. Du gibst einen wirklich schönen Preis. Einen. Bravo, Lena. Sehr gut. Zeit, der Platz. Übrigens wisst ihr, wo die Lena spielt und welchen Trainer der hat? Ein Glück. Ja, das war er. Ja, von Matthias. Einen schönen Pokal. Und dann gibt es noch eine Ereignal. Swatch. Bitte. Wenn du es nicht trägst, gibst du es der Lena. Alles klar. Vielen Dank. Gratuliere. Herr Trott, wirklich, wer ist die Lena? Steht mit mir und kommt, dass ich... Nein, nicht gleich, wenn du sie nicht tragst. Macht es mal Spaß. Gratuliere. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Leute, ihr habt es noch 10 Minuten. Bravo, Lena. Ihr habt 10 Minuten hier noch am Platz, dann kommen die Kampfmannschaften aufhören. Und wie gesagt, noch einmal FCM gegen Hütteldorf. Ganz eine heiße Partie, die ersten drei der ersten Klasse anstimmen. Haben 51 Punkte. Hütteldorf muss gegen uns gewinnen, was ihr seht in der Klasse. Ich bin jetzt 15 Minuten. Du musst es gehen. Gehe... ...disch. 걸eshame. Ich bin 15 Minuten. Gehe... providers... Deutschen Trainings.